Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Banana Cup. Der Banana Cup ist ein schöner Drink nach dem Essen. Banane trifft auf Kaffee, das hört sich nicht nur gut an, sondern schmeckt auch gut. Aber er hat es in sich. Probieren Sie mal diesen Drink. Für 1 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 2 Teelöffel brauner Zucker Tasse schwarzer, heißer Kaffee 2 Zentiliter Bananenlikör 2 Zentiliter Kaffee-Likör Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Becher Zubereitung Den Kaffee in einen großen Becher geben. Den Zucker dazugeben und vermischen. Die Liköre dazugeben und vermischen. Heiß servieren. Als Beilagen eignen sich Etwas Gebäck Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!